Dirndl on Tour entdeckt in dieser Folge mit drei verschiedenen Schiffen die Städte Tallinn, Stockholm und Helsinki. So lernt man die Vorzüge alter Essgewohnheiten kennen, kann hinter die Kulissen einer Reederei schauen und lernt, wie ein Produkt mehrere Lebenszyklen haben kann und dass sich gutes Essen mit einem Saunaaufenthalt verbinden lässt. Dirndl on Tour, Dienstag um 20.15 Uhr auf anixe HD-Serie.